Wir brauchen nicht viel, also weniger weniger, weniger ist mehr. Und allein das zu kombinieren, mal Mädchen, mal Jungs in der Klangschale und dann noch eins dazu und dann haben sich alle umarmt und im allen Moment die Augen so gemacht. Und da war eine Ruhe in deren Körper. Und das mehr zu pflegen, auch in der Schule. Also den Gong konnte ich mit den Ohren hören und spüren konnte ich. So Sachen, für mich ist das Plüschtier gekommen, weil generell Kinder nicht lernen, sich selber wirklich so zu lieben, das auch irgendwann mal emotionell auszusprechen. Das mit den Tieren, das fand ich beruhigend sehr. Wie die mit der Massage umgegangen sind und so süß. Und auch meine Schwester ist hinter mir, die ist kleiner, ja. Wie die mit der Massage umgegangen sind und so süß. Und auch meine Schwester ist hinter mir, die ist kleiner, ja. Und dann kann man sich hin knien. Ich hab das mal probiert mit meinem Papa. Ich hab das mal ein bisschen mit meinem Papa gemacht, weil er macht das jeden Morgen. Und, aber da hat's mir, das war, da hat mich nichts zu gefallen. Das hab ich dann nimmer gemacht. Warum macht ihr gut die Frage? Nein, ich find das einfach die Beweglichkeit und ich komme in alle Richtungen dehnen. Und ja, das für den Körper was machen, das ist, das find ich ganz toll. Also, ich bin nicht so im Leistungssport, sondern eher so ruhig und für mich so ein bisschen. Ich hab dich lieb, meine Sie, meine Sie, ich hab dich lieb. Ihr sagt, ich hab dich lieb. Pfette. Vielen Dank.